hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von tomb raider in der letzten folge sind wir auf grimm gestoßen einen der passagiere vom schiff von der schiffscrew wir konnten leider nicht zu ihm hochgehen weil die leute mit dynamit unseren weg weggesprengt haben aber jetzt geht es ganz normal weiter wir schauen dass wir einen anderen weg zu griff finden und zwar über die güterzug transport stelle hier gut güterzug ich guck mal was wir gefunden haben wunderbar ist ob hier einfach direkt altes grab ist mehr warum kann ich hierhin naja jetzt gehen wir erst mal ans lagerfeuer geben unseren punkt aus warte moment hier haben wir alle Dann sammeln wir wieder Pfeile auf Können wir irgendwas verbessern? Ich glaube, ich mache erstmal die Schroten ein bisschen Schadenerhöhung Und dann Gehen wir hier rein Weil das hier scheint ein Grab zu sein Das hier scheint ein neues Grab zu sein Okay Liegt hier einfach ein Geocash rum Wer auch immer die hier verteilt hat Aber jetzt können wir noch in Ruhe weitergehen So Eventuell brauchen wir hier auch einen neuen Gegenstand Weil ich schätze, dank letzter Folge, dass wir in diesem Ge- äh noch Explosive Explosive Es Dynamite halt kriegen Um uns weg- um uns Sachen wegzusprengen Aber naja Und ist tatsächlich ein neues Grab hier So Geh einmal da rüber Und einmal da zurück Aber es ist sehr dunkel hier Aha Ich glaube, ich wäre da wohl in die Tiefe gestürzt, wäre ich da normal weitergegangen Was der Hell ist das denn? Für ein Grab Oder eine Höhle Ich weiß auch nicht mal, was das ist Doch, ich komme zum Grab gerade Ich bin im Grab Kammer des Gerichts Ach du Heilige Was zum Geil muss ich hier jetzt machen? Moment Okay, das dachte ich vielleicht, dass Das ist irgendwie da hoch So, irgendwas passiert, wenn ich das jetzt ziehe Okay Aber ich kann auch so machen Echt jetzt? Okay Das könnte ich als Rampe benutzen Ich muss ihn nur mit irgendwas bespüren Okay Äh Muss ich vielleicht zu mir ziehen Das muss es hinten jetzt kaputt schlagen Easy Worauf muss ich das jetzt schmeißen? Okay Die Regale sehen brüchig aus Etwas mehr Gewicht müsste ihnen den Rest geben Ja, ich versuch's ja Aber es funktioniert einfach nicht Okay Aber was machen wir mit dem Zeug jetzt? So, und was muss ich beschweren? Verstanden Hm Hm So Sind wir überhaupt schwer genug, um mein Körpergewicht zu tragen? Das wird zweifelig sehr stark, ne? Auf jeden Fall sind sie schon mal rüber gefahren So, funktioniert tatsächlich so einfach Okay Die Frage ist, ist da oben heute schon das Ende oder nicht? So So Ne, da oben geht's weit All diese Orte wurden auf Altenruhen errichtet Oder auch nicht Die macht aber auch immer das gleiche Gesicht, oder? Aber egal Sammeln sie 5000 Werbungsgüter Geocache Geocache Es wurden alle Geocache Ach, wir haben ja schon fast alles bis auf die Geocache Alles klar Eins, zwei, drei Da hinten fehlt eins, vier Drei, meine ich Drei fehlen Und das sind die drei Dann fehlt noch ein Lager Und halt die ganzen zu ruhig gebettet Und die anderen Sachen Gut, dann gehen wir hier wieder raus Hammer ist gerade abgeschlossen, ganz einfach Das müssen wir halt nur wieder zurückfinden Aber so schwer sollte das nicht sein Aber bis jetzt kam noch keine Nachricht Dass wir 50% der Antefakte gesammelt haben Oder gibt's für die 50% gar keine Trophäe? Wo komm ich hier wieder? Moment Ich glaub, da komm ich nicht hoch Muss hier drüben hoch, glaub ich Muss hier drüben hin Karte aktualisiert Wir haben hier schon wieder fast alles gesammelt Das letzte Lager kriegen wir wahrscheinlich durch Ne Ahnung Wenn wir nochmal Story weiter folgen Und das machen wir jetzt auch Die drei Geocaches können wir am Schluss sammeln Wenn wir das Gebiet mal verlassen oder so Auf jeden Fall machen wir jetzt Story weiter So, wir müssen hier hoch Gut, hier hätten sie auch was verstecken können Aber haben sie nichts Gut, hier geht's nicht weiter Aber wie komm ich... Ah, da Bin einmal komplett falsch umrum gelaufen Was auf Ja moin, Alter Bro, what the fuck Oder grad zielen Aber naja Dann halt nichts Was Jetzt bin ich einfach schon wieder Äh, aber wenigstens weiß ich jetzt, wo ich hin muss Es war einfach nur hier hin So Bro, what the fuck Warum spawnt jetzt einer hier? Hä? What the fuck geht jetzt hier ab? Da ist doch grad keiner gespawnt gewesen Alter, jetzt verstehe ich grad echt nur Bahnhof, ey Wieso spawnt jetzt da einer, wo gerade eben keiner war? So Dann Platt machen die ganzen Leute jetzt So Okay Okay Drüben ist eins dieser Dinger Okay, ich hätte auch anders hochkommen können Okay, gut zu wissen So Äh Plündern müssen wir noch alle So Okay, das ist ja ein komplett anderer Ort Da waren wir noch gar nicht Das ist dieser Geocache Was ist das hier? Einfach ein Ort, wo ich einen Haufen Zeug sammeln kann, oder wie? Ich verstehe schon, was hier von mir verlangt wird Okay Äh Äh Okay Und damit Gut Naja Naja, die zwei Dinger lang eigentlich auch Ah, die Entwickler haben also mitgedacht, dass man nicht einfach von unten rangehen kann Aber es kann natürlich sein, dass da jetzt Bauteile drin versteckt sind, ne? So Götter Noch zwei So Das fehlen immer noch Hier hoch muss ich Da, 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 da So 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 Einmal hier Und Ich kriege den letzten Irgendwie hier Ich kriege den letzten denn da kaputt, ey Und wie Zum Geier soll ich denn da hinkommen So So Jetzt habe ich alle Wahrscheinlich habe ich jetzt nichts mitgeholt, aber Naja Warum nicht So Einmal hier hoch Außenrum Wieso kann ich hier nicht sprinten? Das ist bis jetzt der einzige Kritikpunkt, den ich habe Ich kann nicht sprinten So So Gut Aber da muss ich noch irgendwie wieder runter Weil immer noch dieses Soundgerät hier ist, genau Eins wissen wir, wo es ist, da muss ich nochmal zurückgehen So Komm Ja easy Aber safe muss ich jetzt wieder Gegner abwärmen Richtig Richtig Guter Hier Frist den Headshot hier Oder auch nicht Komm hier Ach Scheiß drauf Raubtier 50 Fahne mit dem Bogen getötet So Ein bisschen zu nah für meinen Geschmack Aber naja, kann ich nichts machen Bro Bro Hauptschuss Da Komm mal da, echt jetzt Komm mal da Komm mal da Komm Einsammeln Weg Das muss ich heilen 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 Lera Bisschen schneller Bro 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 Du glaubst das doch gesehen, dass ich nachlage oder nicht Das ist ein bisschen zu nah für den Bogen getötet Gut 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 So, jetzt. War's das? Nein! 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 Grimm! Das Fanzibers. Der Palast. Ich muss zu dem Palast. Die Frage ist natürlich jetzt alt. Ähm... Ist Grimm jetzt gestorben durch den Sturz? Ich schätze ja, oder? Können wir gleich mal runterschauen. Ah, der ist safe tot. Der ist safe hinüber. Gott. Und jetzt... Wo muss ich denn denn auch dahinter? Irgendwo hier... Da ist die... Oder war das die erste, die ich zerstört habe? Die Soundanlage da hinten? Irgendwo habe ich doch eine Sound... Äh, ist mir eigentlich gerade scheißegal. Naja... Dann würde ich tatsächlich sagen, ich benne die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge schauen wir das wieder zum Tempel gelangen. Ciao. Euer Gladius. Tschüss. Tschüss. Tschüss.